Bro, hast du auch so heiß? Ja, und Hunger. Auf was hast du Lust? Irgendwas Verfrischendes. Hm, ich hab da ne Idee. Wir brauchen Haarefloppen. Milch. Und lassen es für 20 Minuten einweichen. In der Zwischenzeit schneiden wir eine Banane. Raffeln in Apfel. Bessets Wein. Machen ein paar Haselnüsse klein. In unser Müsli kommt Zitronensaft. Erdbier oder Naturjoghurt. Apfel und Banane. Rosinen. Aber ich mag keine Rosinen. Paselnüsse. Löffel Zimt. Und zum Schluss Heidel und Himbeeren. Bircher Müsli. Und bist du auch frisch? Ja. Und für dich gibt es auch ein paar Rosinen. Aber ich mag auch keine Rosinen. Einen guten.